Hallo und willkommen zurück zu Schönen Indias Let's Plays und Downstufftogether mit dabei, Philipp Nonum. Hey, Philipp. Hi, ho. So, du bist auch halb tot. Hast du... du kannst Monsterfleisch, glaube ich, essen. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ah, als ob ich's gegessen ist. Du bist der Einzige, äh, das Monsterfleisch sollst du aber bisher du haben, weil du bist ja der Einzige von uns, der, ähm, Fleisch essen kann. Äh, der nur Fleisch essen kann. Ich kann, glaube ich, nur Fleisch essen, ja. Genau so war's. Du kannst aber Monsterfleisch essen, glaube ich. Das weiß ich nicht. Das habe ich alles rausgeworfen, Kacke, aber egal. Begnüge mich im Moment ziemlich mit Gemüse. Okay, hier oben liegt ansonsten... habe ich gerade mein Fleisch aus Versehen rausgeschmissen. Das ist so ungewohnt von der Steuerung wieder. So, was haben wir denn zuletzt gemacht? Die Karte ist schon recht groß. Naja, obwohl eigentlich haben wir noch nicht viel erkundet. Da oben rechts waren irgendwelche komischen Gräber und wahrscheinlich ist das da sogar so ein Pick-Ding. Ich habe keine Ahnung, was wir machen müssen. Ich habe ja keine Ahnung von dem Spiel. Wir haben... hier, guck mal, ob du das vielleicht... kannst du das essen, ohne dass du Schaden kriegst? Ja. Das ist gut. Ansonsten, wenn es leer ist... Lul, warum steht denn die Tür? Ach ja, die habe ich, glaube ich, zu Nutz gemacht. Ja, als Jünger benutzen. Ansonsten, wenn die leer ist, dann hier hinpacken an diesen Drying Rack, ja. Ah, okay. Also, wenn da nichts dran hängt, weil dann kann ich es auch essen. Ja, okay. Äh, so. So, wir haben nur eine Kiste. Ach nee, wir haben mehrere Kisten. Das war unsere normale Loot-Kiste. Was war das? Das rechts ist Essen, okay. Hier ist sogar eine Monster-Lasagne, die ist bald am Verderben. Die kannst du dir auch mal rausnehmen. Na, okay. Äh, warte, und welcher denn hier? Und ansonsten, ja, der Heuwei wird nicht viel aushalten. Und Tag 8 bis 12, dann kommen ja schon irgendwann die Hunde. Äh, die kamen, glaube ich, schon das letzte Mal, als wir... Ich glaube, wir sind schon mal gestorben, ja. Äh, gestorben, ja eh. Ich sterbe ja ständig. Wir hatten doch auch, glaube ich, hier so ein Fröschen-Nest vor der Tür, oder? Ja, hier sind ganz viele Dinger. Oh, ich werde langsam aber sicher wahnsinnig. Könnten wir doch auch gucken. Ähm, dann entweder Blumen sammeln und dir einen Blumenhut bauen. Für 12 Blumen. Oder Pilze essen. Pilze kommen meistens nachts raus. Hast du eine Fackel, weil es wird gleich Nacht. Ja, ich habe eine Fackel, aber wir stehen hier doch direkt neben dem Lagerfeuer. Ja, dennoch ist das Feuer nicht an, ja. Ja, nein, das können wir jederzeit anmachen. Okay, wir haben schon mal keine kurzen Nächte. So, und wie schlage ich jetzt zu? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Äh, ich glaube, einfach draufschicken. Ah. Ah, die Leertaste macht es nur auf. Maus-Klick genauso. Ich würde ganz gerne das Tor kaputt hauen. Da sagt der Schock. Oh Gott, ich werde total wahnsinnig. Ich muss am nächsten Tag definitiv Blumen sammeln. Haben wir denn noch was anderes? Äh, sieht nicht so aus. Also der Strohhut geht, glaube ich, auch. Ja, ich bin gerade nach, äh, gucken, ob wir noch ein Gras haben. Es sieht nicht so aus. Hast du Stroh noch? Nee, nee, eben nicht. Da muss ich gleich mal gucken gehen, ob ich noch welche ist. Ich glaube, das hätte ich alles in irgendeinem Dings getan, damit du die Mauern basteln kannst. Ja, das kann sein. Oh, ich kann gleich sammeln gehen. Wir haben eine riesige Grasfläche hinter uns. Na, warte mal, ich gebe dir mal hier die 8, die ich noch habe, weil aus 12 Stroh kannst du dir auch einen Hut machen und ich glaube, der füllt deinen Brain auch ein bisschen auf. Ja, wie gesagt, ich gehe gleich sammeln. Ja, ich bräuchte mal einen Hammer. Achso, deswegen brauchte ich auch Stroh, weil ich den Hammer, aber ich glaube, mit einem Hammer mache ich es kaputt. Ey, ich werde da wohl bestimmt irgendwie das Woodgate versetzen können. Das habe ich nämlich, glaube ich, als Letztes gemacht, bevor wir dann gegangen sind. Hm, ich erst möglich. Also Stroh ist immer da, wo Gelb ist, ja. Ja. Ah, Büffel hatten wir hier auch. Sehr gut. Wir müssten nämlich auch langsam mal Wolle ernten, denn das geht nur nachts. Ich glaube, da wollte ich mich dran machen, bevor wir damals aufgehört haben. Hm. War schon wieder Wochen her. Ja, ich hatte ja auch noch eine Personphase. No offens, no offens. Sieht nicht so aus, als würde mich das... Ansonsten hier in den grünen Gebieten waren Dings. Oh Gott, ich werde da so komplett wahnsinnig mehr sehen. Mir sehen die Hasen schon aus wie Monster. Ähm, hier sind ganz viele Dinger. Nur keine roten Mushrooms. Und wenn Mushroom, dann immer ernten vorher. Also immer Dingsen. Braten, meinst du? Hm. Ähm, hast du... Jetzt geht Brain immer noch runter, ja? Äh, nee, nee. Momentan ist es stable. Äh, momentan ist es stabil, aber... Wenn du was baust, geht deine Intelligenz auch hoch. Das wusste ich auch eine ganze Weile lang nicht. Ah, okay. Also wenn du was herstellst... Ah, jetzt steigt es langsam wieder. Ja, doch, hatte ich doch recht. Also mit dem sollte das auch gehen. Wunderbar, wunderbar. Oh, die Bische. Die sollte ich eigentlich ausbuddeln? Habe ich eine Dings dabei? Ja, hier. Ansonsten wäre... Wäre es ganz praktisch, wenn wir... Wenn einer Steine abbaut. Weil der Heuweil hält so gut wie nichts aus. Da beißen die Hunde zweimal rein und dann ist das Teil, glaube ich, schon kaputt. Okay, dann... Warte, ich gucke mal, ob ich eine... Äh, spätstattere Hunde fehlt noch. Mapper Kunden sonst. Hast du einen Stein dabei? Ein... Also ein... Ein Flint, ja. Nein, ein Flint. Nein, ein Flint nicht. Doch, warte, Flint habe ich auch dabei. Gut. Brauch nur einen schnell, dass ich Spätstacke bauen kann. Kannst du den Stein abbauen. Okay. Oh, hier sind ganz viele Büsche. Ich nehme jetzt erstmal Lebensmittel mit. Hm. An sich wären ein zweiter... Ich glaube, ich habe mit... Ich glaube, wir haben durchs Fischen und allem relativ gut Nahrung bekommen. Ich glaube, das größte Problem war es, an dem Fleisch zu kommen für dich. Ja, irgendwie so. Aber ich habe die... Die Froschschenkel, das zählt ja jetzt vielleicht. Ja, genau. Die Froschschenkel oder die... Oder beziehungsweise und die... Äh, und die Fische. Die haben auch gezählt. Stimmt. Aber grundsätzlich brauche ich halt... Also, wenn man was im Kopf... Also, egal was du machst, kochst du immer im Kochtopf. Ja, das ist wertvoller, besser. Also, extrem viel wertvoller. Und da kann ich ja dann trotzdem drei Karotten reinhauen, solange da ein Fleisch drin ist. Ui, wir haben sogar ein Magmafeld hier hinten rechts. Ach. Oh, und sogar ein riesengroßen Bienenhive. Oh, und Killerbienen auch. Scheiße. Alter. So, 4, 6. Durch meine Mod sehe ich gleich, wie viel lebt die haben. 6 Bieben zu je 100 live. Da muss ein Teleporter... Ah, aber der bringt mich ganz woanders hin. Ich hab ein Boom auch 8 Tage. Ja, also der... Ab dem 21. Tag ist es kalt, in der Nacht von 20. zum 21. wird es kalt. So, dann wollen wir mal... Ich pack die Steine, die ich abgebaut hab, mal in einen... Kisten... Ah, ne, ich... Ich will vorher noch ein paar Fallen checken, die ich gestellt hab. Jo, jo. Hey, da ist noch niemand reingegangen. Also sowas wie Steine oder so, falls mal irgendwo kein Platz ist, weil ich glaub... Holz bräuchten wir auch... Na gut, Holz hab ich ein bisschen noch was hier. Aber... Kann man grundsätzlich auch in... Auf dem Boden legen, weil sowas wird auch nicht geklaut. Aber so Lebensmittel, da kommen gerne mal irgendwelche Viecher und essen das. No. Ach, das ist das Ding. So, es tämmert. So, es tämmert. So, es tämmert. Oha... Whoa, Boage Kink. Aua. Die haben ja so ein Riesen-Nest. Die Schweine. Ja, die könnte man auch mal... ist der kämpfer von uns beiden so ich habe drei kackhochungen gefunden das spricht doch ich war gerade sagen schon mal mindestens viel mehr als nur einen büffel und wir haben 245 mindestens sechs büffeln das ist schon mal sehr gut pro büffel kriegt man immer drei ich habe mir auch ein guide mal angeguckt da haben sie sogar wo es ist fast nach der beilig ja ich habe für notfall nach der fahrer so ich sollte mal die schaufel rauslegen sonst habe ich hier gleich meine eigenen büsche weg das ist so geil wie schnell das geht das ist auch eine mut ich habe mir mal auf dem boden das getrocknete monsterfleisch nicht ein hat auch nur drei prozent komm mal her zu mir ja da ich glaube ich bin so wahnsinnig dass mich gerade die dass mich gerade schattenmonster angreifen gehabt so knapp ah nein ist noch da ich bin über 13 leben hat auch nicht viel ah tot aber ich auch warum das ich muss zurück zum sport wir haben beide eine fackel mit weiß ich nicht drei prozent gehabt ja gut ich habe noch meinen koppel meinen meinen helm mit 90 aber ich habe irgendwie habe ich den weggeschmissen stadt wo genau ist hier eigentlich das von links noch wo war das glaube ich ja ich glaube ich habe ihn so wir sollten die mauer verstärken ansonsten lebensmittel haben wir ganz gut gerade wir waren gerade ein meteoriten einschlag ja ja das passiert in zunehmend mehr dann eigentlich ok diese schattenmonster kam jetzt weil ich wahnsinnig geworden bin oder ja ich fand es interessant ich konnte die auch angreifen bärenbücher wir waren wir schon mit drei farben haben wir auch schon ganz viel geschafft aber wir bräuchten eigentlich noch ein kühlschrank so jetzt habe ich noch ein paar mehr bären naja vergessen die froschfallen zu lernen ja das mal wieder lebendig und komm her ja ich bin ja fast da so zehn mal kacke ach frosch lass mich in ruhe ja die kann man ja easy abhängen eigentlich geht genau auf so nightmare full kann rein hier ist auch noch neunmal kacke drin wir haben auch glaube ich unten noch so ein paar fallen liegen krähen fallen da wollte ich eh mal hingucken ja ja ich muss nur ich versuche nur gerade an mein zeug zu kommen liegt aber da sehr sehr ungünstig du kannst mit q und e die karte drehen ah oh super wunderbar haben die vogelfallen schon was gefangen ja die habe ich gerade raus geholt ah ok wunderbar so weiter stein sammeln sagtest du stein kann ich schon und dann würde ich nämlich von oben jetzt zubauen weil dann würde ich nämlich von oben jetzt zubauen oh habe ich das ist ja noch ein bisschen zeit diesmal wollte ich auch schon ein warmes feuer erwarten ich könnte hier meine goldene kasse schnell ich bin gewundert was das für geräusche sind für eine goldene schaufel das lange du kannst du übrigens auch goldene sachen bauen ja ja aber im moment geht das noch ja ne aber würde ich dir definitiv anraten die haben ungefähr die vierfache haltbarkeit machen glaube ich auch mehr schaden falls man sie als waffe benutzen sollte von vier vögern die ich gefangen habe haben mir drei nur federn gebracht okay ja gleich stehen noch steine gut zu wissen es geht so schnell das ist so krass aber ich bin trotzdem ein hammer gebrauchen guck mal noch mehr vögel guck mal noch mehr vögel ja ich habe gerade keinen nerv weil wenn ich da wirklich ich könnte gerade alle zwei sekunden was rein machen und das ist zu aufwändig warte mal ich packe mal ein bisschen so hier ist das was ich anschaue ja 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 schon gesehen so aber eigentlich kommen wir gerade gut voran wenn ich jetzt noch dazu kommen gleich steine zu machen dann sollte das auf jeden fall funktionieren ja 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 hast du fleisch eigentlich packe mal ansonsten so obst und gemüse habe ich noch ganz viel ich habe ja noch mehr ja ich habe unbedingt kein fleisch auch nicht schlecht wer ich gerade die hasenfeilen oben weg gefarmt habe ich habe mal ein bisschen fleisch reingepackt mach nicht wie viel fleisch hast du reingemacht eins ja eins dazu drei bären das sollte her passen ich mach gleich ich baue nochmal eine kiste und da packen wir alle lebensmittel einfach rein das sollte auch noch fleisch sein hier das ich dir da hingelegt habe das kann man schon fertig gekocht ach so aber brauchst du nichts ich habe noch stimmt ich habe nichts mehr noch bin ich relativ satt aber wir brauchen noch einen zweiten crockpot eigentlich so und der kühlschrank braucht ach ja gear das war das schlimme an den dings gear sind diese komischen pferde hey wir haben eine weitere nacht überstanden wie gesagt die steine liegen da noch ich gehe mal weitere besorgen und dann gehe ich mal die fallen hier unten ab ich baue jetzt noch die mauer fertig und dann und dann werde ich mich ran machen und auch noch ein bisschen scouten eigentlich okay ja dann habt ihr den nasen fallen noch mehr nahrung besorgen stein unterwegs man kann wirklich sagen dass wir eine farm haben du brauchst übrigens nicht mehr bärenbücher mit zu bringen ja okay gras die einfach ab und fertig so steine wir sollten uns auch temperatur steine dann mal bauen so wie stein war das jetzt auch gar nicht so 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 verdammt ich werde schon wieder wahnsinnig jetzt im übertragenen sinne ne im eigentlichende eigentlichen sinne okay du na aber also eine das ist so so das war Blood Give efect zu Uh, ich bin mal super effektiv. Okay. Warum haben die gerade so Argo auf dich? Ich laufe weg. Hast du irgendwas? Nein! Warte, 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 ich komme. Vermutlich, weil ich wahnsinnig bin. Oder weil ich zu low bin. Keine Ahnung. Ich kann nichts mehr angreifen. Jetzt. Zwei Schläge. Wie ich immer erst mal alles auf den Boden schmeiße, bevor ich es benutze. Okay. Du sagst, du hättest noch Gemüse? Ja, ist alles drin. Okay. Weil dann kann ich das Fleisch noch ein bisschen mehr schnüllen. Ich kann nichts bauen. Warum? Jetzt bauen wir den Weg. Mach ich jetzt erstmal eine Runde kochen. So, hast du noch mehr so eine Steine geholt? Naja, warte kurz. Äh, wo hab ich sie denn? Hier. Da. So, ein bisschen was zum strecken ist noch drin. No, ja. Macht sich doch. No, ansonsten könnte ich mal was abpackeln demnächst. Ich bin eigentlich schon gut zufrieden mit unserer Base. Ah, aber Feuer brauchen wir heute. Wenn es richtig dunkel ist, dann kann man das Feuer nicht mehr benutzen, weil er es nicht mehr sieht. Ah, ich hab's vorhin mitgekriegt. Du kannst die Dings wegnehmen. Ich bin schon dabei. Die ist sehr cool eigentlich. Ähm, in welcher Dings sind die Federn? Federn in der rechten. Ach, du hast auch noch eine gebaut? Hä? Oh, da war die Kiste da oben links die ganze Zeit. Die war doch die ganze Zeit, also gebaut hab ich die nicht. Echt, hab ich nicht gesehen. Ah, da sind nur schwarze Federn. Ich hab noch rote. Die packe ich einfach mal hinten oben links rein. Hm. Ich guck grad. Ah Mist, rechts hatten wir ja auch noch Essen. Warte kurz, warte kurz nicht machen. Wieso? Wir müssen ja das andere Essen verwerten, sonst ist es schlecht. Lass mich mal in den Topf, bitte. Ah ja, nimm ich dir. Oh, mal gucken, ob das noch zählt. Okay, so oben rechts. Da war auch Essen dran. Okay, so oben rechts. Okay, so oben rechts.